Hallo, LibreOffice, Einführung Inviter. Seiten nummerieren. Um Seiten automatisch zu nummerieren, gehen Sie wie folgt vor. Erstens fügen Sie eine Kopf- oder Fußzeile ein. Einfügen. Kopfzeile. Zweitens, platzieren Sie den Cursor an der Position in der Kopf- oder Fußzeile, wo Sie die Seitenzahl haben möchten, und wählen Sie. Einfügen. Feldbefehl. Seitennummer. Einfügen der Gesamtzahl der Seiten. Zum Einfügen der Gesamtzahl der im Dokument enthaltenen Seiten, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie Einfügen, Feldbefehl, Gesamtzahl der Seiten. Der Feldbefehl fügt die Gesamtzahl der Seiten in das Dokument ein, wie es in der Statistikregisterkarte des Dialogs Dokumenteneigenschaften, Datei, Eigenschaften dargestellt wird. Tschau und viel Glück. Tschau und viel Glück. Tag. 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 Begelegen heraus. Tag.